Emi Rass, 22, hat bis zuletzt an die Beziehung zu Udo Böhnstrup, 27, geglaubt. Bei Temptation Island VIP testen die Ex-Promi Big Brother Bewohner, wie es um ihre Liebe steht. Können sie jeder Versuchung widerstehen? Udo bekam zumindest schon Bilder zu Gesicht, auf denen Emi angeblich mit Verführer Dominic BRCIC duschte, von da an wusste der Entertainer, es steht schlecht um die Beziehung. Emi hingegen habe ihren Partner bis zuletzt nicht aufgeben wollen. Natürlich habe ich in der Sendung immer daran gedacht, dass Udo und ich ein Paar sind und auch bleiben, stellte die TV-Blondine gegenüber Promiflash klar. In der Vergangenheit habe sie des öfteren Beziehungen vorschnell beendet. Bis jetzt sei bei Temptation Island VIP noch nichts passiert, weswegen sie ihren Partner abgeschossen hätte, auch wenn er ihr Gründe gab, wütend auf ihn zu sein. Denn zum Beispiel bekam Emi von Moderatorin Lola Weipat, 25 Bilder gezeigt, in denen Udo mit Verführerin Julia Oemmler intime Gespräche führte. Danach machte die Beauty den Anschein, als hätte sie Udo sehr enttäuscht. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Ab heute werden die Karten neu gemischt, gab Emi vor ihren MitstreiterInnen Paulina Liubas, 25, Sandra Janina, 22, und Kate Merlan, 34, zu verstehen. Immerhin ab jetzt